So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jagd nach Hero Prime Abenteuer. Oh man, ich will das nicht. Ehrlich. Ich hab Angst. Ganz ehrlich. Äh, ich... kurz nochmal kurz. Oh Gott. Äh, ich will jetzt die ganze Zeit rumlaufen, weil ich hab das Gefühl, wenn ich stehen bleibe, dann kommt er so von oben angeschreckt und macht einen fertig. Äh, jedenfalls, ich hab wieder den Mod drauf. Ähm... Das ist eine neue Map jetzt. Und er ist schon aktiviert und alles. Äh... Gut, ich will nur für die Leute sagen, die, ähm, es vielleicht noch nicht gesehen haben, beziehungsweise für alle nochmal, ähm, wer zu jung ist oder wer das Gefühl hat, das ist nix für ihn, dann möge bitte nicht hinschauen oder halt das Video einfach auslassen. Einfach weil, ich glaube, letztes Mal hat sich einer den Finger gebrochen, es ist, glaube ich, fünf Leute vom Stuhl gefallen, zwei haben sich in die Hose geschissen oder so in der Art. Naja, jedenfalls, ähm, nur zur Vorwarnung, es ist heftig, es ist zwar nur Minecraft, es ist auch nur ein Spiel, ähm, aber der Mod an sich ist heftig. Wer es nicht glauben kann, dann spielt ihn selber oder guckt einfach das Video und danach spielt ihn selber, was weiß ich. Ähm, es ist für die Allgemeinheit heftig. Ich nehme jetzt zwar mit Fraps in full, ähm, Quali hier auf, aber hab das Fenster kleiner, weil ich mir das selber auch nicht so heftig antun will. Ich hoffe, dadurch schwindet die Quali nicht so. Deswegen mach ich jetzt mal einen kurzen Stopp, gucke, ob die Quali stimmt. Und wenn sie einigermaßen stimmt, sie muss nicht HD sein, auf keinen Fall. Wenn sie einigermaßen stimmt, dann mach ich jetzt weiter. Also guck ich mir das grad mal an. Einen Moment. Ja gut, die ist in Ordnung, ähm, gut, dann würde ich jetzt mal loslegen und ohne Witz. Ich hab Angst. Tja. Ich will nicht stehen bleiben, ich hab echt Angst, dass er am wieder vor mir ist. Ich hatte davor nochmal ganz kurz aufgenommen, deswegen war ich eben schon im Laufen. Ähm, und hat das, den Bildschirm noch kleiner, ich glaub das waren dann eine Diagonale, dann zwei Zentimeter. Aber dann schwindet ja die Quali, das hab ich zuerst nicht bedacht. So, aber es ist noch nichts passiert. Also ich hab nichts verpasst. So, nehmen wir das Ding mal wieder. Warte mal, da hinten? Hey, ich komm doch von da, und da war das... Hä? Ich hatte das fucking tot, dann hab ich da hinten aufgestellt. Wie kann das jetzt da wieder sein? Nee, ehrlich? Da ist er, oh mein Gott. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich seh ihn und ich will... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, lass mich doch anruhe, man. Ich hab Angst. Jetzt weg. Ist auf einmal weg. Okay, kein Ding, 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 kein Ding. Oh mein Gott, ich will gar nicht hingucken, aber oh Gott. Okay, einfach wieder weglaufen, einfach wieder weg, einfach weg, einfach weg, einfach weg. Hahaha. Oh Gott. Ich muss gucken, wie lange das Video wird. Äh. Jedenfalls höre ich auf, bevor ich mir in die Hose scheiße. Oh, haha. Und wie gesagt, wer es nicht glaubt, der soll es selber spielen, ohne Witz. Bitte. Ach, ich will einfach nur laufen. Ich bleib jetzt auch nicht mehr stehen wegen irgendwas. Ohne Witz, weil, ähm, das, was mir da letztes Mal passiert ist, das will ich vermeiden. Ich gucke immer schon bei Horrorfilmen. Oh Gott, hier ist alles überschwemmt. Oh, haha. Das war er. Er war hier. Und da brennt es. Oh mein Gott. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh man, echt. Das ist schon ein bisschen krank, wie ich finde. Nicht stehen bleiben. Ich will echt alles nur nicht stehen bleiben. Weil, ich weiß nicht, letztes Mal bin ich stehen geblieben und dann kam das und seitdem habe ich Angst, in Minecraft stehen zu bleiben. Ihr müsst übrigens keine Angst haben, wenn ihr Minecraft normal spielt, ja. In normalen Minecraft gibt es sie nicht. Das ist, wie gesagt, nur der Mod, nur die Modifikation. Das wäre der, ich würde Minecraft nicht spielen, wenn es in den normalen Minecraft gäbe. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr. Oh mein Gott, függ dich da mal. Ich fücke deine Mutter. Sorry, Notch. Oh, der ist schon wieder auf dem Kreuz, verdammte Scheiße. Oh mein, ich... Ah, ah, wo ist er? Oh, vielleicht will ich nicht mehr. Oh Gott, Alter. Lutscht mir die... Ficken. Gott, wie kann ich mehr, Mann. Ich schwitze. Wegen so einem Scheiß, Mann. Das ist Minecraft, ey. Die Menschen, die haben ja viereckige Köpfe, ey. Was... Äh. Ähm. Ähm. TNT. Wo? Oh Gott. Da. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Ich glaube, ich werde sofort, glaube ich, auch gefragt, ob man ihn töten kann. Und ich glaube nicht. Er ist mal so schnell weg, Mann, er bestimmt, glaube ich, gar nicht. Wo bist du, Hurensohnchen? Ein bisschen verniedlichen. Und das nächste Mal holen wir ihn mit unserem Schwert. Vielleicht hebt er ab. Ja. Gut, gut, gut. Ich mach auch nicht mehr lange. Echt auch wenn... Ja, ich weiß nicht. Ich bin zwar ne... Ich bin ne Pussy in dem Moment echt. Hm. Deswegen mach ich jetzt echt nicht mehr lange. Das andere Video war ja auch nur 13 Minuten oder so. Und ihr müsst es so sehen, je schneller ist das Video vorbei, desto schneller kann ich es hochladen, ne? Na ja, immer positiv sehen. Ich gucke nicht hinter mich. Doch, ich gucke hinter mich. Aber nur, weil ich Angst habe. Ich gucke auch nicht da rein. Oh Gott. Wie gesagt... Achso, ja, das hatte ich im letzten... F***. Das hatte ich im letzten Video gesagt. Ähm... Nicht spoilern, bitte. Also nicht verraten, was passiert. Weil das ist blöd für die Leute, die sich bewusst nicht drauf vorbereiten wollen, weil sie einfach diesen Gruselfaktor haben. Wenn sie dann, ähm, sehen, ach ja, da passiert was, dann ist das langweilig für die Leute, da wurde sich gestern auch beschwert. Ähm... Für die Leute, die sich nicht so gerne erschrecken und, ähm, das gerne erfahren möchten, zu den Leuten gehöre ich auch. Ich gucke auch immer, immer bei solchen Videos erst in die Kommentare und gucke, wann das passiert ist. Äh... Für die tut's mir leid, Timeday. Für die tut's mir leid, weil, ähm... Ich kann's halt nicht allen recht machen, aber ich glaub, die Mehrheit will sich... Ähm... Will nicht wissen, wann was passiert. Deswegen mach ich das halt so. Also nicht so... OAH DU! Fuhh, 만나ke-fisch, pessimistisch .. Ist das im... ... Hai Stockt desktop erlebt? Das war schon heftig und dann bin ich hinterm Berg gegangen, also hinter so einen kleinen Hügel und dann war er weg und dann, oh, das ist schon komisch so. Vor dem habe ich jedenfalls mehr Angst als vor Spinnen. Gut, ich würde ja gerne sowas entdecken, weil der macht nur andere Sachen aus einem Erschrecken. Der baut zum Beispiel noch Buchstaben und halt so Sachen, die auf ihn hindeuten. Das würde ich ja gerne mal entdecken, aber ich weiß nicht, ob ich lang genug durchhalte, um das zu sehen. So, wieder eine flache Landschaft. Oh, Mann. Ich gehe jetzt mal darüber. Oh, Gott. Einfach dieses... Es wurde auch letztes Mal in den Kommentaren geschrieben, einfach dieses Ungewisse, dass man weiß, bald passiert was, aber man weiß nicht wann. Und das ist das Heftige, finde ich. Auch daran. Wenn es passiert, dann passiert es halt. Oh, ja. Oh, ich will nicht sterben. Oh, ich will nicht mehr. da ist was er gebaut hat er ist ein oh gott ich will mich wird ja schon so auch gott leute es ruckelt weil die welt sich aufbaut war wasser wasser gott schön dass die wüste hier ist wenigstens hell oh mein gott 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 komm ich höre jetzt auf er hat gott gott psychisch anstrengend sehr sogar vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch noch mal gefallen heute hat man sich so glücklich nicht so extrem erschreckt wie das letzte mal am ende deswegen hoffe ich ging das diesmal für die leute die sich jetzt schon wieder etwas gebrochen haben tut mir leid boah ich finde den matt echt unglaublich machen jetzt wieder sofort runter weil ich schiss vor habe ja ich hoffe es hat euch trotzdem noch mal spaß gemacht ich bedanke mich noch mal fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ja